ich hasse was alle ich hasse sie jedoch doch es ist klar es ist jetzt hier rumlaufen da oben habe ich mich das ist jetzt scheißegal ich mach es jetzt ruhig ganz einfach so ich zück schon mal mein Schwert aber es wird garantiert ein Boss garantiert so mein Gott Ninja Meister oh geil okay Ninja Meister hatte ich noch nie ist ja auch egal so speichern okay dann speichern wir eben ich bin müde ich werde das auf Schluss machen glaube ich nach der Katzen wenn es eine kommt ja ja bewegung los das sind die Dorfbewohner aber wohin werden sie gebracht die Inselfestung die Dorfbewohner werden die Dorfbewohner werden auf der Insel festgehalten ja ich würde sagen wir sehen uns hier beim nächsten Mal wieder bei der Itemauswahl und dem neuen Level ich mache jetzt mal langsam mal Schluss ich habe jetzt bis jetzt lang genug gespielt okay dann würde ich sagen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder also bis denn und danke fürs Zusehen so meine Freunde da bin ich wieder mit Let's Play Tenchu 2 jetzt länger nicht gespielt zwischenzeitlich aber das müsste kein Problem sein und ja wir waren beim letzten Mal waren wir ja auf der Inselfestung stehen geblieben wo wir die Leute da entführt hatten und ja dann bereiten wir uns mal so vor also was nehme ich mit ich nehme ein paar Granaten noch einmal äh das ich brauche zweimal mitnehmen ein paar Wurfmesser und das starten ja wie gesagt ich habe länger nicht gespielt und ich hoffe dass ich jetzt mit der Steuerung noch einigermaßen klarkomme schauen wir erstmal wenn da nicht direkt wie so ein Typ stehen würde nein ich glaube ja nein das müsste hinhauen mit der Steuerung glaube ich wenn er sich jetzt nicht umdreht ja ok sehr gut ich hoffe auch dass ich jetzt mal wie bin ich hier überhaupt ich hoffe dass ich jetzt auch mal hier ohne irgendwelches und nicht gesehen werden da ist nämlich einer ja du bleibst schön so genau alles klar ja ich muss mich erstmal wieder an dieses Spiel hier gewöhnen das ist auch ich habe die ganze Zeit nur Battlefield Heroes gespielt und total vergessen dass ich hier noch Let's Plays am laufen habe tut mir im Nachhinein auch leid so was ist denn nein was ist denn das da was ist denn das da ist ein Typ da ist ein Typ da ist ein Typ ich habe einen gehört da ja genau haha hahahahah Mixer ha so alles klar schleichen wir uns dran wenn er sich jetzt nicht rumdreht ja sehr schön jawoll okay jetzt nicht hoch wahrscheinlich nicht so ist alles klar ich muss ja auch gucken du wirst schon sagen möchte woher geht es doch um oder ist ja was nicht hin oder ach das war diese scheiße muss ich wohl auf das schiff genau hier sind wir stehen geblieben beim letzten mal da sind wir ja hier reingekommen oder zumindest genau da sind wir hier reingebaut genau alles klar muss ich mal den arsch machen hier vielleicht ist ja was drin da ist bestimmt irgendwo was drin ich weiß es auch nicht scheiße naja wo müssen wir denn jetzt überhaupt hin hierhin hier geht es doch nicht hier geht es doch nicht leer aha da oben okay muss man auch jetzt mal wissen okay wir haben so eine mistgabe da okay die haben ja nix die haben nix ja ja oh man so machen wir da wow nicht durch das feuer da ist nix okay es geht ja nur hier lang okay ja das sieht da ist irgendwo einer da unten ah so ein scheiß gewehrtyp oh nein f*** dich doch hau bloß ab mit deinem scheiß gewehr f*** dich ey spaß ich hab's eben noch gesagt oh naja das war ja wohl nix das war ja wohl nix okay dann bin ich jetzt hier du kannst jetzt auch mal ja okay geh doch weg alter mach ich dir halt jetzt so kalt ist mir scheißegal renn ruhig weg renn ruhig weg renn ruhig weg ist okay renn ruhig weg alter du kannst es vergessen r 401 holk ojo auch logisch Was ist da in den Sperr stecken, ey? Hä? Hier ist keiner. Meine Fresse, ey. Ah, hier geht's her, okay. Ähm, hm. Wo sind wir denn hier? Wow! Och, okay, die gibt's hier auch. Okay, hier gibt's Gabelhände. Oh nein! Was mach ich denn? Da ist er. Hä? Der hat Hörner aufm Kopf. Die anderen hatten das nicht. Naja. Ist ja auch egal. So. Mach mal den mal kalt hier. Der hat Items. Die haben Items. Ja. Okay, kurzer Schnitt. So, oder wenn ihr wieder... Ähm, ja, musste kurz weg. Ähm, wegen... Jetzt klingelt auch noch mein Handy. Nein, äh, finanzielle Anliegen. Okay. Ähm, dann schauen wir mal, was hier so macht. Okay, da ist nix. Das ist schon mal nicht gut. Ich will diese Kiste finden. Ja, wie gesagt, ne. Ihr wisst ja, Items suchen. Wow! Wow, es lag. Was ist das für eine Scheiße hier? Ach. Warum bin ich hier, ey? Naja, nehmen wir hier dann. Uuuuh! Uff. Da ist ja einer. Oh, man. Okay. Oh, man. Ich sehe deinen Schatten. Ach, der ist doch! Der ist doch so rum. Das war knapp. Uuuuuh, das war knapp. Alter, das war knapp. Das war wichtig. Das war wichtig knapp. Das stimmt auch irgendwo einer? Was? Ah, da ist ein Kisten. Ach, man. Ich will jetzt mal Wasser haben. Ah, hier geht's weiter. Oder ist das ein Abgrund? Äh, nee, ist es nicht. Dann runter hier. Und gucken. Ja, ich hab ihn gesehen. Gabel! Meine Fresse. Ja, komm! Komm doch nicht hier hoch! Oh Gott. Alter. Jawoll. Ah, schneller, 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 schneller. Und zack. Ich muss ihn wieder Items klauen. Nein, gegen Gifts. Das ist etwas, was ich nie gebrochen habe. Aber egal. So, nächste Karte. Oh, das Wasser. Okay. Dann mal da rein. Wo ist der Nächste? Ah, da oben geht's noch. Alles klar. Ja. Da ist nix. Da oben ist einer. Ja, da oben ist einer. Ja, da oben ist einer. Ah, ah, ah. Ah, okay. Sieht mir noch Versteck aus. Oder? Da oben ist einer. Ja! Da oben ist einer. Ah, ah, ah. Den hab ich gesehen. Okay. Was ist denn das? Was ist denn das? Keine Ahnung. Na ja. Warum ist hier überhaupt ein Haus? Muss ich es kaputt machen? Nein, kann man nicht. Schade. Dann ist noch ein Haus. Das sieht mir noch alt im Versteck aus. Ganz ehrlich. Was? Alter. Alter. Da ist einer. Ja, da ist einer. Da ist einer. Ja, da ist einer. Ja, und der kommt genau auf mich zu. Natürlich. Okay, zack. Wow, da ist hier noch einer. Wo ist denn der denn auf einmal her? Alter. Ich bin da. Ich bin da. Nein. Nichts da. Boah. Alter, was für ein Wichser, ey. Jetzt kommt da noch einer. Oh, Mann. Ja, steckt dein lilanes Schwert ein. Das ist lila. Okay. Okay. Okay, Luigi. Tsss. Okay. Oh, Mann. Mann. Ich finde euch. Oh. Ey, Alter. Nein. Boah. 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 Ja, hau ruhig ab. Ist okay. Wow. Oh, Mann. Oh, Mann. Boah. Alter. Und dann geht der nicht in den Sack. Das hört sich doch kein Schwert an. Boah, Mann. Ich bin doch so dumm. Oh Mann. Was macht das? alter ist das trinken jetzt habe ich kein wasser mit dem endboss das ist auch schön aber hier ist doch bestimmt irgendwo das item ich verstehe das nicht was soll das ich mache hier mal ein save state gut da ist nix aber hier unten stimmt auch nicht okay oh gott um gottes willen hau los wo ist dieses blöde item eigentlich keine ahnung ich höre doch mal auch los ab sie sieht mich nicht oh mein Gott ok und dann los so tschüss oh man ist da endlich mal ein Wasser drin jawohl ja da ist es so schön da hoch geht er jetzt hoch so ah shit ich muss nämlich jetzt auch gleich wieder gehen weil ich hab noch was vor und dazu ja muss ich den Bus nehmen und deshalb muss ich jetzt auch leider gleich einen Schnitt machen aber dafür vorher kill ich den noch hier NEEIN NEEEIN 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 WUSCH Es macht doch nicht WUSCH WUSCH HÖH Was war das denn? NEEEIN 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 Das sieht mir so danach aus. Ok Leute, ich muss hier... Ich wusste es! Ähm... Wie geht das jetzt? Hallo? Den... Ich will den haben. F3... Ah, F... Nein! Hallo? Ach scheiße, jetzt habe ich den... Ach, Mann! Wir sehen uns nächstes Mal hier wieder, würde ich sagen. Also bis dahin. So, Freunde, da bin ich wieder. Mit Let's Play Time Tube 2. Und... Ja, ich bin halt seit gestern weg gewesen. Bin jetzt heute wieder zu Hause. Und... Ähm... Bin jetzt hier eingesperrt, glaube ich. Und das ist ziemlich Mist, weil... Ich wollte ja noch dieses Item suchen, aber... Wahrscheinlich nicht mehr zu kriegen. Und... Ja, ich glaube... Das müsste hier der Ding sein. Der Eingang. So ist es. Und jetzt müsste ich mich gleich, glaube ich, nicht mehr bewegen können. Genau so ist es. Okay. Dann schauen wir mal die Cutscene. Ich bin mal ruhig. Halt! Halt! Schuft! Ihr wagt es, die Sklaven von Wanda Hai zu befreien? Selber Schuft! Ihr wagt es, Ayames Leute zu versklaven? Gut gekontert. Naja. Ist ja egal. Jetzt kommt wieder dieser Boss. Ich würde das Item da mal wenigstens mal suchen. Boah, der mit einem riesen Schwert. Macht der doch so. Okay. Boah, der mit einem riesen Schwert. Yo, wer ab? Genau. Aha. Da habe ich getroffen. Okay. Oh! Krachu! Oh, ok! Oh, ok! Hör! Wieses ist der in die Flache? Alter! Ja! Na der ist schwach. Der ist sehr schwach! Wow! Der ist gut schwach. Ich habe schon besser ein Bein da gesehen. Wirieren hier noch den. Und nochmal drinnen. Ey! Ahn! Jetzt aber. Was war's? Ziemlich einfach. Na ja, gut. Gut, haben wir das auch? Ja, Krepino. Ich will nicht sterben. Tja, selber schuld. Wie geht's auf zu jammern? Was für ein erbärmlicher Verlierer. Ja. Hallo, kleines Mädchen. Ach, der wieder. Okay. Der wieder. Nicht weglaufen. Nein, nicht schon wieder. Aus dem Weg, Wichtigtour. Ich heiße nicht Wichtigtour. Ich heiße Genbu, der Weise. Einer der vier Fürsten des brennenden Morgen. Ihr meint Genbu, der sabbernde Idiot. Einer der vier Obertrottel aus dem Lande der Versager. Nein, macht keine Scherze über meinen neuen Namen von Lady Kagami. Kagami? Lady Kagami ist eine große, äh, Lady. Sie macht eine Welt nur für uns Ninja. Wie in ihrem Traum. Ihr seid auch Ninja. Wenn ihr ihn fragt, könnt ihr bestimmt mitmachen. Diese Musik, ey. Nein, danke. Im Gegensatz zu euch Verlierern brauche ich keine Träume von anderen. Ich habe meine eigenen. Na, wenn ihr nicht mitmachen wollt, dann dürft ihr auch nicht. Ich werde euch mit geheimer Ninja Technik schlagen. Toll. Das ist schon wieder das gleiche. Das bleibt aber wieder irgendwo klappen. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das scheint echt besoffen zu sein. Na ja, gut. Ninja Profi. Das ist cool. Das ist echt cool. Okay. Gehen wir weiter. Ich hätte auch Ninja Meister sein können. Aber, na ja. Egal. Äh. Gut. Ja, speichern wir. Und dann mache ich direkt noch mehr. Weil jetzt habe ich etwas mehr Zeit als gestern. Alles klar. Dann kommt jetzt wahrscheinlich wieder eine Cutscene. Bin ich mal leise. Oder? Hallo. Ah ja. Okay. Ich trinke was. Man sagte mir, ihr wolltet mich sofort sehen. Mein Fürst. Was ist? Das Quarantäne Dorf wird angegriffen. Ihr müsst sofort dorthin. Quarantäne Dorf? Wo ist das? Ich habe das Dorf errichten lassen, um Leute mit einer ansteckenden Krankheit zu isolieren. Ihr habt sie isoliert? Ja. Ich hatte keine Wahl. Die Krankheit verbreitete sich schnell. Was hätte ich sonst tun sollen? Sie alle töten... Oh. Ich habe nicht nachgedacht. Ich werde mich darum kümmern. Ja, hier ist das Item, das, keine Ahnung, das brauche ich ja jetzt auch nicht mehr so dringend. So, wo sind wir denn hier? Ach, wie, mitten drin? Irgendwo, ok. Soll er da dran springen? Nein, natürlich nicht. Nehmen wir halt mal da hoch. Sack. Nehmen wir erstmal... Oh, wie das? Oh, ui. Ah, jetzt kommen die. Ok, ich verstehe. Jetzt kommen die Wichser. Alles klar. Oh, das ist knapp. Ja, stirb. So. Die haben nämlich Items. Genau, ein Wurfmesser. Sehr schön. Ach, das ist ja ein kleines Level. Und, äh... Ach, die gibt's auch jetzt, ok. Ist da ein Wasser drin? Sieht so aus. Oder auch nicht. Scheiße. Ah, die... Nein! Hau ab, ey. Komm rein. Zack. Ok. Die hat mich nämlich bei Ricky Mabo einmal so richtig schön vergiftet. Und die hat mich gesehen. Das ist nicht gut. Ne, Alter. Die hat keine Items. So eine Scheiße. Ok. Gut. Gehen wir mal hier hin. Aha. Ich glaube, man kann die in diese Häusereien. Ja, ich weiß es nicht. Ah, ok. Da unten. Ok. Kind von oben. Ach man. Schade. Ok, den hätte ich auch. Diese Maskentypen. Ist noch einer. Ja. Ähm. Oh Gott, ok. Ok. Chillig. Ey! Du bleibst hier oben jetzt. Sehr gut. Die haben keine Items, Alter. Und, äh... Behindert? Naja. Einmal hier irgendein... Yes! Hä? Was ist denn das? Was ist denn das für einer? Ach, das ist ok. Ich weiß, das ist ein Unschuldiger. hat man ja auf den bildern gesehen und der cutscene genau so rum darf ich nämlich nicht sehen das wäre ziemlich mist habe ich jetzt mal ja ok was macht ihr Dreh nicht rum jetzt! Alter! Geht doch! Zack! Hahaha! Oh man, das hast du jetzt davon wieder so einen Grundzug hast. Und der zwei Eisen ist für mich. Sehr cool! Dankeschön! Alles klar, immer hier drauf. Ähm... Oh! Schnell! Oh ja, gut. Alles klar! Oh, okay! Sehr geil, sehr geil. Wieder hoch da. Oder auch nicht. Nö, dann halt nicht. Ich möchte jetzt nämlich dieses Item haben. Genau deswegen renne ich doch hier durchs ganze Dorf. Wasser. Nö. Okay. Dann... Schauen wir mal weiter. Oh, 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 oh... Oh, 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 oh... Da oben liegt gleiche drauf. Genau. Dann schauen wir mal weiter. Weil hier war ich nämlich noch nicht. Da ist auch nichts drin. Oh! Oh! Dahinten ist einer! Oh man! Fuck! Fuck! Nein! Fick dich! Fick dich! Du hast es vergessen! Scheiße! Oh man ey! Hä? Wo bist du denn jetzt? Ach da! Okay! Oh man! Das war das erste Mal, dass ich jetzt gesehen wurde in dem Level. Oh man, ja ich bin leicht krank. Fick dich doch ey! Mach jetzt so! Jetzt war es die gleichen Schwerter wie ich, aber oh! Aber trotzdem. Ja! 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 Ja!